Hallo! Ich bin ein Mugammerfall! 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 So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Badwars! Zu aller ersten muss ich mich für den Fail von gestern entschuldigen mit der Musik. Aber interessanterweise passiert mir das erst oft, seitdem ich mit Vegas schneide. Und... Oh, nice! Ich werde jetzt gesandwiched! Finde ich ultra korrekt! Ich kann ja verstehen, dass es richtig langweilig ist, wenn man keinen Nachbarn hat, aber... Sorry, ich finde es halt so dumm, wenn man jemanden sandwicht und es ist einfach so assi, weil der hat keine Chance, oder? Aber gut, das soll uns jetzt nicht mehr so krass stören. Ich hole mir jetzt einfach ganz kurz den. Das sollte ja nicht schwer werden. Das ist Team Grün. Ist sogar ein NX, ja. Das kann ich tatsächlich schaffen. Ich muss jetzt ganz kurz viele wechseln. Danke. Ähm... Ist der NX... Okay, das hat der Glück gemacht. Der spielt jetzt mal drauf, dass ich am Fallschaden verrecke. Aber da hat er irgendwie... Das ist schon ein bisschen verkalkuliert. Ich muss sagen, das... Ne, warte, ich... Süß hat er nicht. Ähm... Ich muss sagen, das mit dem Bett hat er eigentlich alles verkackt. Das muss ich ihm jetzt einfach mal so lassen. Da muss ich ihm ganz kurz meine Props für aussprechen. Das Bett so dumm eins bauen. So, und jetzt kommt der Gegenpush. Und der erste ist schon in der Mitte. Das heißt, wir haben diese Runde eigentlich schon verloren. Wenn wir jetzt nicht extrem eklig spielen. Und ganz zufällig ist es genau mein Stil. Dementsprechend würde ich mal sagen, Danke fürs Bett. Thanks for playing. Bar, schön mit dir. Diggi... Titel der Folge habe ich. Trotz... äh... Trotz Sandwich. Wenn ich das jetzt noch gewinne, dann wird es lustig. Weil dann habe ich wirklich einen tollen Titel für die Folge. Problem, erste Person ist in der Mitte. Das kann ein bisschen blöd werden an der Stelle. Aber, okay. Ich hoffe, dass ich den trotzdem kriege. Wir sehen uns einfach in der Mitte wieder. Okay, das war eine ganz nette No-Shift-Line. Äh... Wir können halt zwei Sachen jetzt ausprobieren. Ich weiß nicht, ob der einen Bogen hat... Ja, moin! Respekt! Ich habe die Runde verloren. Das tut mir leid. Aber ich werde jetzt 3-4 Stunden lang weggespampt einfach nur. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich mir ganz kurz Gold in der Mitte holen kann, ohne dass ich gespampt werde. Und... Ich freue mich schon auf morgen. Da habe ich die ersten... Fuck! Schwitz doch nicht so dein Leben, Bruder! Ich freue mich schon auf morgen. Da habe ich die ersten vier frei. Also es ist nicht so offiziell nur die ersten drei, aber... Ähm... Wir werden es wahrscheinlich auf die ersten vier ausweiten, weil wir Connections haben. Ähm... Das Problem ist, ich brauche zwingend noch ein Gold. Nein! Fuck! Ich hätte ihn so gehabt! Aber ohne Witz! Ganz ehrlich! Wieso? Er spammt halt einfach nur. Ich finde... Also klar, ich spiele auch auf Gold und so. Aber sowas! Sorry, Dickie! Du hast Fuliku! Und du hast es trotzdem noch nötig, mich zu spammen, weil du mich sonst nicht bekommst. Und deshalb werde ich den jetzt auch mal ein bisschen abfucken. Ich laufe nämlich schnell... Ach! Perfekt! Danke, Gomme! Nein, er ist nicht eins auf Trotto. Ist er nicht. Gut, dann lief ich einfach. Ist es mir jetzt. Blöd. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so ein dringes Like da. Würde mich jetzt mega freuen. Lass auch ultra gerne ein Abo da. Können wir nämlich auch mega freuen. Bis dahin. Ciao!